Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink PowerDirector in der Version 17. Heute möchte ich ausprobieren, ob das Importieren von bisherigen Projekten, die man in der Version 15 oder 16 angefangen hat zu schneiden, ob die problemlos importiert werden können. Und wenn ja, gibt es irgendwas zu beachten oder ist das letztendlich ein Workflow, der locker von der Hand geht und man keine weiteren Probleme hat, im Sinne von, haben sich die Spuren verschoben, ist sonst irgendwas zerschossen. Lassen wir uns überraschen. Wir starten unser Programm, haben letztendlich hier unsere normale Benutzeroberfläche und gehen auf Projekt öffnen. Und jetzt schauen wir uns ein Projekt an, was ich hier noch nicht fertig geschnitten habe. Das habe ich in der Version 15 angefangen. Und wir schauen mal, was passiert. Das System arbeitet, das ist schon mal gut. So, es kommt ein erster Hinweis. Die Zeitachsenbildrate dieses Projektes unterscheidet sich von der derzeit unter allgemeine Voreinstellung eingestahlten Zeitachsenbildrate. Möchten Sie sie ändern, um sie dem Projekt anzupassen? Ich sage mal, nein, weil ich habe mich ja bewusst in der Version 15 dafür entschieden, damit ich diese Bildrate so gewählt habe. Momentan sieht alles gut aus. Das Projekt wird importiert. Jetzt bin ich gespannt auf die Zeitachsendaten. Noch werden sie aktualisiert. Was passiert? Kleiner Drommelwirbel im Hintergrund am besten machen. So, es dauert einen Moment, aber das ist kein Problem. Das sind auch einige Dateien, die da im Hintergrund sind. Was mir als erstes gleich ganz positiv auffällt, dass er hier letztendlich schon anzeigt, dass die Schattendateien aus dem Projekt der Version 15 bereits übernommen werden. Ich habe den Pfad auch entsprechend gleich gemacht in beiden Versionen. Von daher schön, dass er das übernimmt. Er bleibt bei 80% stehen. Ich will nicht hoffen, dass sich das Programm aufhängt. Das Lämpchen für meine Festplatte blinkt und flackert noch. Das ist auch ein gutes Zeichen. Also das Laptop scheint sich nicht aufgehängt zu haben. Es fängt an zu schnaufen. Der Lüfter geht an. Wir warten und wir warten und wir warten. Hm. Oh, es passiert was. 100%. Ich bin bejeistert. Ich bin wirklich bejeistert. Auf den ersten Blick sieht alles soweit ganz gut aus. Wir starten mal die Video-Vorschau. Lassen wir dem Programm noch ein bisschen Zeit, dass ich hier alles letztendlich normalisieren kann. Es ist auch wirklich in 4K aufgenommen, beziehungsweise 2,7K aufgenommen. Von daher sind richtig viele Videodateien, die hier in der Bibliothek drin sind. Aber so wie es aussieht, hat das Importieren richtig gut geklappt. So, auch jetzt ist hier überall ein Bild zu sehen. Wir gehen mal in die Vorschau und lassen uns überraschen, was passiert. Es ist ein herrlicher Tag im Oktober. Wir haben 21 Grad, die Sonne scheint, Windstille, ein super Tag, um eine weitere Kanutour heute zu planen und auch durchzuführen. Ich bin jetzt hier in Bingen und hier an einer Slip-Anlage in der Nähe vom Yachthafen. Ich habe die mir gerade angeguckt, damit wir unser Boot hier einwassern können. Sie eignet sich hervorragend dafür, flacher Einstieg. Ich bin begeistert. Ganz toll. Es ist synchron in der Vorschau, ganz wichtig. Die Audiospuren hat es mir nicht zerschossen. Die eingefügten Filmsequenzen hat es mir nicht zerschossen. Richtig gut. Gut, also jetzt gehe ich hier nochmal auf den Speicher-Button, dass das Projekt letztendlich jetzt auch in der richtigen neuen Version gespeichert wird und ich kann in Zukunft meinen Videoschnitt hier problemlos machen. Und dann muss ich sagen, Daumen hoch. Ganz toll, dass das so gut geklappt hat. Also heißt das für mich, keine Angst, alte Projekte wieder mal zu importieren, wenn man vielleicht was nachbessern muss oder was nochmal verändern will oder man hat nochmal eine kreative Idee. Deswegen toll, dass das in der Version 17 so gut funktioniert hat. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das freundliche Zuschauen und melde mich die nächsten Tage, Wochen mit weiteren Videos, wie die Version 17 bei mir so abschneidet und was ich alles erleben werde. Tschüss, bis zum nächsten Mal.